Du hast etwas sehr Böses angestellt, du böser Routinator. Dafür mache ich dich fertig. Ich bin der Routinator und ich bin ein Terminator. So ein Mist, ich esse jetzt erstmal die Bananenpistole. Mein ganzer Körper ist eine tödliche Waffe. Ich verurteile dich gnadenlos zum WC putzen. Was? Nein, der hat mich verurteilt zum Klo putzen. Dabei bin ich eine tödliche Waffe. Das ist mir egal, putz weiter.